Knackpunkt Kniegelenk, 193.000 Patienten im Jahr 2019, die wir hier in Deutschland haben. Das Knie tut weh. Mein Leidensdruck ist ziemlich hoch. Da muss jetzt irgendwas passieren. Beim Knie können Sie den Zeitpunkt und den Ort als Patient selbst bestimmen. Und das macht es natürlich schwierig, weil das kann Sie überfordern, beides. Ja, wo gehe ich denn hin? Die Klinik Bad Winsheim ist im Jahr 2022, was roboterarm unterstützte Operationen angeht, an der zweiten Stelle der häufigsten Operationen in Bayern. Das ist jetzt die Vorbereitung dazu, wo ich jetzt sage, okay, die Planung ist jetzt beendet, jetzt geht's los. Und kann der auch daneben sägen? Nee, der kann nur da sägen, wo ich ihn sägen lasse. Dieser Staub würde beim normalen Knochen nicht entstehen. Also wenn Sie so einen trockenen Knochen hätten, hätten Sie ganz andere Probleme. Hier hinten imitiert es Ihren ursprünglichen Knorpel und hier oben ist es auf dem Niveau von Ihrem normalen Gelenkknorpel. So soll es aussehen. Es freut mich, dass Sie so zahlreich da waren, so interessierte Fragen gestellt haben. Kommen Sie gut nach Hause?